Und herzlich willkommen bei Challenger XD, Mr. Anybody... ...in der Haus... ...drei mal die Null. ...Ware Lippe, Nico... ...Pille und euer Snowball. Ich glaub, das ist schon so langsam zum Ritual geworden, dass ich im Intro einmal haue. Ja, ich würd' sagen, wir sollten hierhin auch ne Brücke bauen, ne? Ich hab'n Macaray-Tor. Nicht da... Darf ich ihn jetzt schaufeln dafür? Ey, wozu bauen wir denn so ein großes Haus, wenn du das alles nebeneinander klatscht? Du hast mir nie deine Logik erklärt, das ist jetzt viel zu eng. Guck mal, du hast wieder... Oh, du hast mir das schon zugebaut, ich komm' hier sogar nicht durch. Da war ne Tür. Klapp's da. Nein, ich weiß. Guck mal, hier kann ich sogar noch rausspringen. Ja, boah, das ist doch alles noch im Rohbau. Das ist alles noch im Grundaufer. Fusch am Bau. Quark, sowas würd' ich doch niemals tun. Pille, ich glaub, das Wasser reicht nicht bis in die Mitte. Das soll auch gar nicht irgendwie das Wasser, hä? Ja, ich mein', dass die in der Mitte dann kein Wasser mehr bekommen. Hä? Oder, leck ich falsch, ne? Dass die Erde dann kein Wasser mehr bekommt? Ach, ich hab' keine Ahnung. Ich auch grad nicht. Ich wollt' ja eigentlich nur den Sand außen entfernen, damit man da Erde hinmachen kann. Ach so. Geh' denn das nicht eben, ah. Ich hab' Hunger, wer hat was zu essen für mich? Äh, ich könnte dir Brot machen, wenn du willst. Hast du gerade welches dabei, also, Zeugs zum Brot machen? Ja. So, hast du denn noch Erde übrig für mich? Ja. Nico, du hast mir jetzt nicht schon wieder die Sache geklaut. Was glaubst du? Gut, das ist alles. Ich wollt' eigentlich weiterfahren gehen, aber meine Spitzel, äh, meine Schaufel ist fast kaputt. Bitteschön. Dann geht das Sklave wieder an die Arbeit. Mein Gott. Das macht's jetzt, dann sagst du das aber, ne? Mein WC hat wieder, äh, seine Spackungen. Ja, das ist, weil du hier den, den Mesothrater falsch gesetzt hast. Ja, genau. So, ich werd' irgendwie mal über die Kühe jeherbekommen. Also, ich soll dir was vorschlagen, aber ihr würd' dir alle wieder sagen, nein. Nein. Nö. Auch wenn sie mit's Luxus ist. Nein. Nö. Me. Man. Wir machen nichts Automatisiertes. Wenn mach ich das? Oder es? Okay, erklär mal die, ähm, also die, ver- Erklär mal wie die, wie die, äh, 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 äh. Erklär mir, ja. Ah, ähm, das steht, ah, blablablabla. Und mit ganz viel, blablabla. Erklär ganz viel Logistikpikes. Nein. Ja, dafür brauchst du aber auch Kühe. Wir brauchen ja erst das Produkt, bevor wir es anbieten können. Wir können ja nicht sagen, hier, wir haben jetzt... Ich rede nicht von den Piepkühen. Ich dachte, wir haben Milchkühe. Oder Schokoladekühe. Redet ihr von den Milchkühen? Nein, von den Piepkühen. Also Piep. Die leben auf dem Baum. Ah. Steig. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle nicht lieb. Schade. Jeder... Wow. Wer ist jetzt gestorben? Ich. Ich hasse dich. Da steht... Wohohohoho. Achievement get. Getting wood. So, Warenlippe. Ich habe jetzt den Boden unten zugemacht. Auch mit dem dreckigen Sandstone. Erstmal. Wer ist so einproziert, der hat das Verlieb. Was mit der Wand? Ja, die mache ich noch. Ich weiß schon, dass dabei alle Levelflöten gegangen sind. Das, dass du hier weißt, dass hier noch... ...dass dann hier so anderer Sandstone ist. Die Wand, die kommt noch. Wird jetzt fertiggestellt. Das kriegst du irgendwann heim. Irgendwann werde ich dich sowas von trollen. Ich hab noch vier Schuss und ich kann noch mehr machen. Schön. Irgendwann baue ich dann dir so eine Suizid Platte, wo wenn du dann da runtergehst, dir das ganze Haus wegspringen. Ich merke, genau, wo du geläftet hast, kaufe da die Platte hin. Also, Mr. Eni, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Braust du auch so Suizid Platten? Klar, immer für meine Familie. Jagst du auch Staubsauger? Nein, die Staubsauger, die machen jetzt viel Schaden. Kann man Staubsauger bauen? Äh, Endermans. Mit den neuen Tonen, das hört sich so an wie so ein Staubsauger. Ah. Wenn die aggressiv werden. Oder ist das nur bei Ticket, das weiß ich gar nicht. Äh, nein, ich glaube, das ist auch bei Minecraft. Nicht die Ticket. Ich glaube, an den Sounds hat sich nichts geändert. Die haben nämlich noch nie sich so angehört. Die haben sonst immer nur dieses komische Wuuu gemacht oder so. Also, ich würde sagen, wir... Meine Axt ist kaputt. Warte, ich hab noch eine Holzachs. Unbenutzt. Also, ich würde sagen... Das ist zwar eine Steinachs, aber okay. Jetzt fallen wir ihm schon wieder an ins Wort. Was wolltest du... Also, ich stehe neben dir, Philipp. Das reicht genug aus. Was wolltest du sagen? Ich würde sagen, ich mach noch mal ein neues Lager, damit ich eine bessere Logik reinpannen kann. Und dann auch vielleicht am Ende den Logistikband verbinden kann. Ja, dann mach ein ganz großes Lager, baue ein neues Haus. Nein, ich baue das einfach unten dran, im Keller. Nein! Ganz... Äh, ich bräuchte mal die Dirt-Lieferungen ganz schnell mit dir. Du kannst auch das hier, äh, alles, äh, abreißen und, äh, dir... Ich mach das einfach so gerade, dass es dann einmal die Peizen einer ringsherum verfügen können, weil das ist viel einfacher. Ihr werdet sehen. Ja, okay. Das heißt, du beißt das da unten jetzt alles raus und setzt da was Neues rein? Nein. Weil es werden jetzt keine neuen Räume angefangen, ne? Also ganz... Dass da keiner mehr dazwischen kommt, Nico, hab ich dich einfach mal eingesperrt, ne? So, so. Dass du da jetzt ganz in Ruhe bauen kannst. Dann bauen wir hier jetzt mal kurz so eine provisorische Brücke dahin, dass wir die Kühe da rumleiten können. Könnte ich mal kurz das Wort an wahre Lippe richten? Ja. Wahre Lippe hast du noch so ein paar Steine, Stormbricks für mich, weil dann könnte ich den Keller weiter... Aua! Das tat mir jetzt... Äh... Sei froh! Bist du da Ellie, Buddy? Ja? Wieso rennst du nur mit der Erde weg? Ich wollte mir das da hinten mal anschauen, weil ich kann es mir bildlich nicht vorstellen, was sie da die ganze Zeit sagt. Ach so. Ähm... Ich dachte so, dass wir hier die Kühe dann langleiten, damit uns keine Stippelz geht. Ja, oder ich baue es. Du nimmst alles wieder selber auf. Dann baue ich ungefähr. Ja, ähm... Einfach so, dass wir hier quasi gerade da lang gehen können. Ich kann dir das ja so ein bisschen mit... Zaun hier einzäunen. Das wär mal... Kann sein, dass die Minecraft-Tage irgendwie kürzer geworden sind oder so? Ja. Zeitumstellung. Das liegt ja... Soll da dann auch ein Sandstone-Dach drauf, weil so wegen Wüste und so? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber es sieht ja schon richtig schnieke aus. Also, wem das noch gefällt hier, ne? Darf das auch gerne mal äußern. Mit nem Daumen nach oben auf... Warenlippes-Part. Auf allen Parten. Warum nicht auf deinem? Äh, weil ich das nicht entworfen hab. Ich war... äh, weg. Sozusagen. Naja, ich war weg. Und hab keine Zeit gefunden dafür. Ich darf nebenbei nicht mehr so viel uploaden, weil ich lege hier wie sonst was. Wie kriege ich denn jetzt diesen Clean Sandstone? Äh, vier sind Stone-Zu-Samm. Ja, 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 ja. Ja, wie viel Prozent hattest du? Soll ich die Kühe schon mal rauslassen, bitte? Äh, ja, komm mal. So, Snobber, 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 Snobber. Du nimmst den Sandstone. Das kann nicht sein, dass du wegen Wüste wegst. Und... Ach, Quatsch. Ich weiß schon. Genauso wie bei normalen Sand. Einfach nochmal. Ah, wahre Lippe, wolltest du uns mal Weizen zuschmeißen? Äh, in Kürze, ja. In Kürze ist doof, weil du wegen dunkel und so. Hm, ich seh schon. In der Kürze liegt die... Ja, sofort. Bin schon auf dem Weg. Bleib, lauf nicht weg. Bist du doof? Aua! Ich bin ausgerutscht. Du musst auch springen und dann werfen. Wow! Erstmal gibt's einen auf dem Dill. Dankeschön. Ups. Schieben wir die Kühe mal raus. Hier, guck mal, ich kann dir auch ein Stück Weizen geben. Hier so hinter dir, hinter dir. Ja, hinter dir. Hier auch so ein bisschen Weizen. Hm, ja. Ich darf den Krühen nicht zu nahe kommen. Sie haben sich schon das erste Mal an den Gelenke gefühlt. Und ich mach hinter dir einfach Stück für Stück dazu. Ja. Kommt her. Ich geh mal ein bisschen schieben. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Na, kommt her. Es gibt doch was leckeres in der Kürze. Schöner Versuch. Na komm, renn da hin, Mann. Muss ich dich erst nochmal hauen? Jetzt renn da hin. Mögt die Weizen? Bei mir im Auto hat es noch mehr davon. Oh. Stille. Überleg, überleg, überleg. Mr. Rachel. Die kleine Kuh. Nein, doch nicht. Die sehen ich? Nein, doch, die fliegt irgendwie immer ins Wasser und wieder raus. Ja. Hm, ein bisschen. Ein bisschen schontes überall. Kommt her. 10% Verlust sind immer hoch. Ja, diese Nachtschichten finde ich ja echt extremst cool. Ja, ich hoffe nur, dass sie kryper mich. Deine schönen, lautstarken Artgenossen. Nein, da komm ich jetzt vorbei. Seid mal ruhig. Seid mal ruhig, ich höre was. Ne, da oben war gerade irgendwas bei dir, Warelippe. Was war denn das? Das ist ja ein bisschen Wassermügel. Messerator angeschmissen. Uh. Jetzt erklär doch mal den Leuten, was ein Messerator ist. Ein Messerator ist so wie eine Mühlenkresse. Die macht aus den Körnern, oder in diesem Fall aus dem Metallstein, macht die so ganz feines Pulver. Das kann man nicht durch die Nase schniefen. Und jetzt tut er nicht. Verwendet man, um es einzuschmelzen, so wie zum Beispiel Gold. Und dann werden da was Glöcke gemacht und es wird weiterverarbeitet. Die geben uns Erfahrungspunkte. Ja, wenn die sich, äh, ne? Ja, das bist du ja gar nicht so. Wenn die sich publizieren, sag ich jetzt mal. Wer hat? Wer hat? Toll, jetzt musst du hier einen 18er-Schutz drauf machen. Schau mal wieder. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen heia-heia machen. Wenn ja. Wenn die das Tor auf ist. Oh, verdammt, wir sind aber vieles Skelett. Ich lau' noch mal ein Stückchen schneller. Ach, war. Ich kann nicht mal mehr sprinten. Das war... Das war es. Das war ich nicht. Hallo, 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 hallochen, hallochen, hallo. Ich mach mal jetzt die Tür auf. Boah. Durch, hallo. Willkommen. Ja. Ich hab das schon mal gesagt. Hör auf damit. Sonst ist Sand. Ah. Ist Sand. Ouch. Ja, jetzt ist... Akku-Frau, jetzt ist ein bisschen Brot. Wir könnten hier eigentlich mit so einem Geländer, äh, rantun. Ist ja mal so. Wo ist dieser denn? Ja, wo rennt er denn? Ja, da rennt er schon wieder weg. Ja, da ist er. Oh, bleib doch mal stehen. Ach so, berät es mit mir. Oh. Oh, der Raum ist ein bisschen größer geworden. So, jetzt. Ich, ich lau' jetzt so ein bisschen. So, bist du schweig? So, bist du schweig? Ach so, komm. Wie agentellisch. Ja. Ich kann kein Beiges die Freude. Ach so, schlafen. Schlafen. Wer will Idiotente? Doch du bist. ist weg. Hinter der Bongo. Ich hab mir mal die Schussballen gelaufen. 50 Cent in die Schimpfarterkiste. Komm mal wieder, ich werd arm. Philipp, ich will gerade nicht vorbehalten, da sprichst du mir mal den Schuss rein. Dankeschön, Philipp. Wollte ich nicht erstmal schlafen legen, bevor ihr jetzt diskutiert? Ja, mein Ernst, was denn noch? Ich rette dich. So, ich craft jetzt mal zwei Äxte. Ich zerleg da draußen mal ein paar Freude. Allgemein Kampfkunst. Er schlacht sie tot. Möchte irgendwer Steak haben? Möchte wer Steak? Ja, ja. Wir bauen jetzt den Faun ab. Okay. Kriegst du die E-Them-Star und noch die Freude. Ich bin aber blöd. Ja, wenn Nico dann endlich seine Dingens da fertig hat, dann... Sein Wusa-Raum. Unser Lager? Ja. Unser Lager? Richtig, unser Lager. Das Lager, was ich... Ich hab' Kopperdust gemacht. Hab' mir das... Ja, klar. Alles, was wir jetzt vorher noch an Stein haben, das rausmachen. Okay. Äh, soll ich mal ein bisschen Glas machen? Eventuell? Nico hat das ja leider nicht so gemacht. Aber mach's vorher aus den Sandkörnern, ne? Okay, ich hätt' das gerade fast ehrlich gemacht. Ich bin schneller als Pille. Nico? Kannst du den Messerator abbauen? Äh, mach mir mal ne Batterie. Äh... Schneeich. Schneeich. Ja, äh, nein, ich kann nicht erbauen. Ich muss dafür den Schraubenschlüssel, also den Schlüssel für Industry Craft machen. Da ich aber gerade Lager mache, habe ich dir gesagt, mach mir bitte eine Batterie, dann Bronze und... Schneeich. Du machst aber auch dann irgendwann den Messerator woanders, oder? Ja, das kann man dann machen mit diesem Schraubenzieher. Habt ihr irgendwo ne Kiste, wo nicht sortiert ist, wo man einfach alles reinschmeißen kann? Such dir einfach irgendeine Kiste schweben. Die ultimative Starterkiste. Ja. Die immer noch in der Luft schwebt. Okay. Von was für nem Teil redet ihr die ganze Zeit? Von der Kiste in der Mitte unseres Hauses. Die da einfach in der Luft schwebt. Ja, ich mein diesen Affairator, oder was? Du kannst ja mal dich zu Warelippe und Snowball begeben. Okay, mal gucken, was hast du. Sinds grad nicht mehr da, aber gleich kann ich wieder hingehen, ja. Äh, was willst du nochmal, Nico? Ich hab grad... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bronze. So eine RE-Batterie, ne? Das hier, äh, ist der Messerator. Hier rechts, ne? Steht dann auch drauf. Und da wird das, da wird dann das, äh, Metall, das Rohmetall, ähm, in die... In die... Uh, Schilfeor... Äh, in die Dustform zersetzt. Ja, ich hab grad ein bisschen gehangen. Und, ähm... Dann... Kannst es halt... Dann wird es halt mehr. Was? Mehr? Ich glaube, wenn Nutzen. Ah, ah, ah. Ja, ich will mal witzig sein und was krieg ich. Das sind Flachwitze. Alter, die, die ich vorhin... Hm, war dumm. Ja. Die waren aber auf niedrigsten... Die hab ich sowohl alle vorgelesen. Die waren auf niedrigstem Level. Ja. Das Niveau hat, äh, unter dir ne Kellerwohnung gemietet. Das hat den Boden... ...durchbrochen. Aber wir können die ja mal irgendwann hier so ein bisschen dazwischen schieben, so. Hier, äh, wir brauchen Sticky Reason, glaube ich. Wenn ich das machen soll. Jetzt steht es auch noch Ansprüche hier. Ja. Jetzt ist es... Äh, ähm... Hat die Frau seines Lebens getroffen. Jäger wieder so. Zwei Minuten warten. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt kommt's. Achso, warte, ja, muss ich kurz... Äh, warte, 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 warte. Warte haben wir. Chilt, chilt. Und? Da man ja so super was gehört hat. Der war langweilig. Licht bewegen. So, Löwe. Den meinst du? Der Paar hat es schon wieder auf. Mhm. Äh, das ist ein paar Pfeile in dir stecken. Ach, ja. Ist nicht so wichtig. War noch vom Krieg. Ich wollte dir sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.